Hallo, wunderschönen guten Tag. Das Wichtigste in diesen krisenreichen Zeiten zuerst. Ich hoffe, dass Ihnen und Ihrer Familie gut geht und dass Sie gesund sind. Wir melden uns auf diesem Wege bei Ihnen mit einem Update zum LifeRate Digital Solutions Forum. Das Event sollte zuletzt als ein Hybrides-Event stattfinden. Das ist natürlich aktuell nicht mehr möglich. Und trotzdem haben wir uns entschlossen, dieses Event an einem Tag, und zwar den 22. April 2020, komplett online anzubieten. Was ändert sich? Es ändert sich nicht viel. Wir haben die Agenda ein bisschen zusammengestrafft, aber es ist immer noch der gleiche gute Content mit Thought Leadership-Speakern wie Giesa Lischka, Jens Beyer oder Gunther Dück. Weiterhin werden Sie von unseren LifeRate Experten aus der ganzen Welt hören. Wir werden die Leute teilweise live, teilweise per Video aufgenommen, dazuschalten und freuen uns auf diesen Tag, in dem wir den Content an Sie digital, dort, wo Sie sind, bringen wollen. Gerade in diesen Zeiten, wo Digital Workplace mehr denn je eine Rolle spielt, wo bestimmte Prozesse verändert werden, wo digitale Transformation vielleicht auch ein bisschen anders aussehen wird, als wir uns vielleicht am Anfang des Jahres gedacht haben, ist es für uns wichtig, eine Plattform zu geben, wo Sie mit anderen Leuten Impulse sammeln können, wo Sie sich austauschen können, wo Sie neue Ideen vielleicht bekommen und für das, was Sie gerade bewegt und das, was Sie gerade auch bauen wollen, aktuell in 2020. Und so passt das Motto weiterhin, Beyond 2020. Und unter diesem Motto laden wir Sie ganz herzlich ein, sich heute anzumelden. Das Event ist komplett kostenlos für Sie. Falls Sie Fragen haben, stehen wir sehr, sehr gerne zur Verfügung unter diesem Link und freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen am 22. April. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020